Köln, Sarafina Wollny meldet sich zurück. Die 28-Jährige hatte sich zuletzt von ihrem Instagram-Kanal zurückgezogen und sich nicht mehr persönlich bei ihren Fans gemeldet. Jetzt verriet sie den triftigen Grund. Während im TV derzeit die neuen Folgen von die Wollnys über die Mattscheibe flimmern, bekommt die Community im Netz kaum noch private Einblicke in das Leben der Dreifach-Mama geliefert. Auch die Kanäle ihrer Schwestern sind nahezu lahmgelegt. Die Storys aus den vergangenen Tagen und Wochen bestehen fast nur noch aus Werbedeals und Rabattcodes. Zumindest dafür finden die Töchter von Sylvia Wollny offenbar noch genügend Freiraum. Geld schläft nun mal nicht. Umso größer war wohl die Freude bei ihren Fans, als die TV-Bekanntheit am Dienstag endlich mal wieder persönlich zu ihren rund 609.000 Followern sprach. Und die 28-Jährige versicherte zunächst. Uns geht's gut. Im Anschluss erklärte sie auch, was der Grund für die tagelange Funkstille gewesen war. Hier kam in letzter Zeit nicht allzu viel, gab Sarafina zunächst unverblümt zu und verwies dann auf die Taufe ihrer Tochter Hob am vergangenen Wochenende. Umbauarbeiten im Familiendomizil in Rathheim hält Wollny-Klan auf Trab. Offenbar gab es im Vorfeld an die Feier jede Menge zu organisieren, was die Netzpräsenz der Ehefrau von Peter Wollny zuletzt gegen Null tendieren ließ. Außerdem sei am Sonntag mit den Umbauarbeiten begonnen worden. Die drei Monate alte Hob soll nämlich demnächst ihr eigenes Zimmer im Familiendomizil in Rathheim beziehen. Sarafina offenbarte den Plan. Die Maus bekommt unser Schlafzimmer. Wir gehen bei den Jungs ins Zimmer und die Zwillinge bekommen ein komplett neues Zimmer. Während ihres Monologs bat die ältere Schwester von Loredana Wollny ihre Fans dann noch einmal um Verzeihung. Seid mir bitte nicht allzu böse, wenn hier nicht allzu viel von uns kommt, aber wir haben wirklich alle Hände voll zu tun. Ob Sarafina damit den nächsten Werbepost meint? Untertitelung des ZDF für funk, 2017